...dann der Geschmack! Super! Super! Sehr gut! Wie wir schon im Wagen gesagt haben, wollen Sie nach dem Essen einen feinen Videoeinspieler zeigen. Dafür haben wir Dresden Beamer aufgebaut und würden euch jetzt bitten, euch drinnen einzufinden, damit wir uns das gemeinsam anschauen können. Alle rein! Alle rein! Alle rein! Alle rein!